Hallo, begrüßt euch zur nächsten Programmvorschau am 27.04.2023, wobei heute schon der 28. ist. Ja, ihr seht's hier, was für ein kranker ihr seht, Polizei soll bei Migrantenkontrollen Quittungen ausstellen. Äh, ok, darum geht's, aber nicht nur darum, ihr kennt's ja, bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rampel ist der komplette Filmbeitrag zu sehen. Dann vielleicht bis gleich, tschüss!